Willkommen zu einem neuen Let's Play mit Carsten und RayDogs RayDogs Einen wunderschönen guten Tag Darf ich jetzt hier wieder raus? Musst du nicht, dass wir schon drauf sind? Doch, wir sind jetzt echt schon drauf? Du musst erst Carsten verwöhnen Oh ne Dich schon wieder Du wolltest was zeigen Hallo Jonas, Willkommen im Let's Play Aber wie kommt denn unseren Channel? Ja, der geht gleich wieder, genau Was hast du eigentlich vor? Du willst jetzt... Naja, also ich möchte jetzt eigentlich Irgendetwas bauen, was dafür sorgt, dass der Dropper diese Items in das Wasser rein spuckt Ich möchte dafür eigentlich einen Dropper benutzen Du meinst... Und einen... Ah, wie heißen die? Einen Trichter Ich möchte, wenn der Trichter einen bestimmten Füllstand erreicht hat Dass er dann ein Signal ausgibt Und so den Dropper aktiviert Und der Dropper dann halt... Ah... Warte, ein Dropper erkennt der nicht, wenn es so und so viel drin ist, dass er dann was ausgibt? Jaja, na klar Das funktioniert schon Also wenn ich jetzt hier was rein tue... Ja, Radarx, bei dir geht das irgendwie glaub ich nicht Okay, mein Herz wird aber aus Hallo Jonas, Willkommen im Let's Play Hallo Jonas, äh so rum funktioniert das Ja, in Radarx gehen wir weg Aber mit Radarx geht das irgendwie nicht Schade Ja Der hat jetzt einen gewissen Füllstand Und das Signal, guck mal das läuft schon bis da und da Signal kommt, genau Und das war der Steinspucker Aber... Ja, ist nur wenn das Ding dann überfüllt ist Oh, na Moment, Moment, Moment Wir sind ja noch nicht fertig Okay Ich brauche eine Spitzhacke Ich muss gleich mal meine Spitzhacke holen Hier, hier, hier Hier Wo seid ihr? Bei Carstenhaus Hier Wo seid ihr? Ich kann mich dir mal entscheiden Mann, so würde ich... Du meine Spitzhacke, ja... Bei Carsten oder was? Genau, wir sind bei Carstenhaus Carsten nimmst mir so lange so ohne seine als Tausch Nimm Warte, ich kotze das Ding hier einfach wieder hin So Seid ihr jetzt zufrieden? Ja Ja Ja, jetzt hast du meine Ah, und da ist ne Kiste dahinter Kannst sie ruhig benutzen, Carsten Soll ich die Kiste hier mitbringen, oder? Nö, nö Ich hebe noch ein bisschen Cobblestone rein Oh... Ähm... Das läuft jetzt alles in die Kiste, genau Jaja, das läuft jetzt erstmal in die Kiste, Moment Lass mal fertig durchlaufen Lass mal fertig durchlaufen Lass mal fertig durchlaufen Ist gleich durch Und dann hört irgendwann auf Das Signal zu geben Komm Söhne, mach mit Genau, jetzt ist das Signal weg, genau Oh fuck, die ziehst du mich das Rechen an? Jaaaa Aber er braucht ja jedes Mal einen Tick, ne? Genau, das ist die Sache, wo ich mir überlegen Er braucht ja jedes Mal einen Tick Genau Und einen Ticker kann man doch starten über das Ausgabesignal vom Trichter Äh, ich baue mir hier einfach Ich verstehe, dass sobald hier Signal kommt Hier auf der Stelle auf der ich stehe Mhm Und da gerade rumhüpfe Dass dann der Ticker gestartet wird Da 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 Wenn ihr so gut Redstone-Leitungen legen könnt, könnt ihr lieber bei mir vorbeischauen. Ne. Was sollen wir denn bei dir verkabeln? Meine Lampen. Der braucht ne neue Vibrations-Couch. So, so und so, dann auf die... Nachdem so ne letzte Folge einer bei mir im Haus ne Melon-Farm gegründet hat... Ja, das fand ich auch nicht so prickelnd. Ja, siehst du... Das Problem ist, das Signal, das muss ja dann hier geschlossen sein und das geht in der Sonne nicht. Weil so läuft, ist das jetzt ein Dauersignal, weißt du? Es braucht also nur einen einmaligen Tick. Es braucht einen einmaligen Tick, genau. Ja, das ist nämlich das Problem. Weißt du, aber das so nicht funktionieren, glaub ich. Ne. Aber es gab ja ne Methode mit nem Pisten, glaub ich, oder? Die hilft auch nicht mehr, ne. Das geht auch nicht. Ja, das ist halt so, die muss man immer manuell anwerfen. Obwohl... Oder? Das soll ja von oben alles runterkommen, warte mal. Das soll von oben da runterkommen. Ich glaub, er hat mich noch nicht entdeckt. Äh, noch nicht. Ganz vorsichtig sein. Das soll von... Da oben runterkommen. Was wir gerade sehen, ist eine gefährdete Spezies. Man nennt sich auch Läsern. Alter. Und, und. Oh. Guck mal. Seht ihr das? Das ist ein seltenes Krümelmonster. In einer Ledertunika. Und, und. Ein Vollidiot. In Diamantrüstung. Oh, scheiße. Ich glaub, es hat mich entdeckt. Oh. Ne. Das wollte ich jetzt nicht. Gute Frage. Das ist aber kompliziert. Ja, deswegen meine ich, das wird nicht so einfach funktionieren. Guck mal, so geht er immer so, weißt du? So ist er immer angepowert und so bleibt er immer. Ja, das ist diese Frage, ne. Es muss dann auch einmal zack wieder hier unterbrochen sein, weißt du? Wie schnell muss es denn unterbrochen sein? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte, lass mich mal zählen. Das muss tatsächlich vor dem ersten Mal, also. Ja, das war schon zu viel. Ja, aber wie willst du das unterbrechen? Naja, der hört ja relativ schnell wieder auf. Sobald man... Ah, warte mal. Ich hab ne Idee. Er hat eine Idee. Darf mal nur ein Stück rein? Warte, Jonas, hast du um die lange Weile? Ne, er hat auch nicht ausgereicht, ne? Das ist dann ein Spacken. Wir müssen, glaub ich, mindestens 18 Stücke rein. Sohne. Ja? Jonas, der schmettert seinen Kopf an der Wand. Karst, das glaub ich, gibt Kopfschmerz, was Jonas, der macht. Das zieht's auf. Karst, guck dir das mal an, was der macht. Ich mach mit. Oh man. Jonas. Ich hab Probleme. Kann man dagegen vielleicht was machen. Antidepressiva-Schluck. Und das Bühnchen hier. Es ist ja auch schon tot, aber es lebt. Aber man kann es essen. Was ist es, was schon tot, aber es lebt? Ich hab voll die Idee. Ich bin Vegetarier, aber danke. Danke. Ja, so wie wir's denken, klappt das nicht, Karsten, ne? Ne. Hm, Kartoffel. Vergiftete, oder? Du wolltest mich vergiften, so ne? Pfui. So ne frisst sie. Nein, das mach ich nicht. Oder gib sie mir und dann geb ich sie Krieger Jonas und dann frisst er sie. Ja gut, dann bleibt uns wohl nix anderes übrig, als, ähm, tatsächlich ne Club zu setzen, die man mit nem Button in Gang setzt. Oh mein Gott, der Axtmörder von Daisy. Genau. Ja, auf welme Button? Hast du nen Button zufällig? Nö, aber sowas lässt sich ja herstellen. Vielleicht fähig ich sowas sogar noch auf Lager. Der Axtmörder von Fibor. Der Axtmörder von Fibor. Ja, aber irgendwo hier hab ich auch normale Steine. Ich glaub, hier findet er mich nicht. Nur noch nen normalen Stein in die Craftingbox legen und dann hast du schon nen Button. Was zur Hölle ist denn das? Das? Das ist auch ne Clock. Das hört sich richtig scheiße an. Das hört sich an wie Schlangen. Ja, ja. Aber guck mal, aber es funktioniert, guck mal. Mit dem Ticker baue ich immer meine... Okay, Zombies. Aaaaaah! Komm, wir killen sie. Oha, Carsten, wie scheiße das mit dem Teil geht, guck mal. Ich mag einen Stack rein, ja. Ey, ich mach dich fertig, du Aschloch, Alter. Komm doch ran. Äh, ja. Oha, Carsten, das ist extrem, guck mal. Man, Jonas. Naja, die wird wahrscheinlich auch gleich durchbrennen, was? Äh, ne. Geht das eigentlich durchbrennen? Weil ich hab's nie gesehen. Ne. Boah, Alter. Das hört sich richtig extrem an, ey. Ja, aber Carsten, wie schnell das geht. Guck mal, ich pack einen Stack rein, ja. Guck mal, einen Stack. Boah, epileptischen Anfall. Alter, das lag bei mir total. Hatte ich nur daran, dass ich mit meinem Laptop drin bin. Ohloi. Na ja, trinken ausgeschüttet. Muss das vielleicht an einer bestimmten Stelle das Ausgangssignal gesetzt werden oder das Eingangssignal gesetzt werden bei dem Ticker hier? Äh, ne. Das ist scheißegal, du musst einmal ein Signal aufs Redstone geben. Mist. Und bei dem ist... Äh, mit dem Knopf funktioniert's nicht. Mann, Jonas. Hör mal auf hier. Hast du... Da drin die Kacke. Guck. Ja, wa... Ja, der muss ja wieder unterbrochen... Geht's nicht. Der muss halt wieder unterbrochen werden, ne. Aber anmachen... Wie doof, Mann. Ähm, ja. Du musst die Verbindung... Ja, weil die Verbindung ist ja gepowert. Und die muss... Darf nicht gepowert werden. Warte mal. Alter, Jonas. Jetzt hör doch mal auf. Jungs, mach... Ja, genau. Ohne Hemi geht's besser. Ähm, wo ist der Knopf hin? Hier, ich hab noch einen. Kommaann! Jungs. Oh, Leute. Macht doch mal die Schlacke aus. Das macht mich total wahnsinnig. Sag. Ja, das macht wirklich wahnsinnig. Aber es geht schnell. Ja, am Arsch geht das schnell. Wenn man da rauf drückt. Zack. Ha. Dann powern die alle so durch, ne? Genau. Er darf nicht zurückpowern. Das ist... Das Ding, wie man... Das geht nicht. Abwohl, warte mal. Hat man... Warte mal. Gib mir mal einen Repeater. Der geht... Abwohl, ich hab selber welche, oder? Ja, ich hab selber welche. Einen Repeater kann man auch nur von einer Seite beanspruchen, oder? Ja. Ah, ja. Wenn man das so baut... Ich weiß, was du meinst. Aber erstmal müssen wir das natürlich Signal cutten, ne? Ach so. Einmal Signal weg. Kennt ihr die Geschichte vom Achsmörder von Vibor? Ich mach ihn mal aus. So, zack. Drücken wir mal auf den Knopf rauf. Es ist noch zu... Das Signal ist noch zu... Es ist noch zu lang. Oh, fuck. Der Achsmörder von Vibor. Das Signal müssen wir... Das muss noch schneller sein. Es darf noch schneller nicht reagieren. Ja, dann... Dann ist das dann das Längercast, das Signal. Nee, die Verzögerung ist doch nur länger, oder? Ja. Warte mal, ich... Wir müssen... Ne, wird der Ticker aber auch damit langsamer, ne? Ja, damit wird der Ticker langsam. Doof. Doof, 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 doof. Genau, das geht alles nicht. Ja, das geht so alles nicht, weißt? Das funktioniert doch nicht. Ich hab noch nie ne Clock gebaut, Mensch. Ich auch nicht. Naja, vor allem... Es gibt auch, glaub ich, soweit ich weiß, keine Clock, die man immer wieder bepowern kann. Das geht, glaub ich, auch gar nicht. Was macht ihr da hinten eigentlich, Alter? Und hier? Gar nichts. Hey, ich beobachte euch. Na, Carsten, kann man denn das hier an- und ausschalten? Warte mal, wenn man das... Gib mir mal... Hast du ein... Ähm... Einen Kippschalter? Ne Macke? Ja. Einen Kippschalter bräuchte ich mal. Haben wir den? Ne, wa? Ne. Brauchen wir denn sowas? Äh... Einen Kabel und einen Sticky drüber, glaub ich drüber. Ey, ich bin in dir. Warte, Sticky hab ich hier und Kabel bräuchte ich nochmal. Wo ist ein Kabel? Oder hast du schon? Ich hab zwei. Du mal, testest was mal so aus. Ich hab zwei. Ich hab einen. Räub dir den... Mach den den Rest weg. Naja, ich geh jetzt erst mal. Aber vielleicht komm nachher wieder, okay? Alles klar, tschüss Jonas. Okay. Bis später. Ciao. Ciao. Guck mal, das ist doch erscheidbar. Guck mal. Hm? Klingt nur halt nicht ganz so gesund, ja? Ja. Raydox, lass mal. Ray... Raydox. Raydox, das reicht. Da guckt was aus deinem Hinterkopf. Raydox, lass alles. Ich wurde aufgeschließt, warte, warte, warte. So, jetzt, jetzt. Er ist hängen geblieben. Hahaha. Ja, guck mal, Karst, das würde funktionieren, weißt du? Und auch relativ schnell, weißt du? Ey, das ist wie eine Kreissäge, wie die durch meinen Kopf geht. Ja, Raydox, der selber auf. Nervdet. Nervdet? Das... Könnte funktionieren. Genau, jetzt brauchen wir nur noch... Den... Den Dropper brauchen wir hier, ne? Jupp. Dann setz dich den mal. Mach mal, ich halte uns lange aus, dass wir uns nicht so... Nerven lassen, hier von dieser scheiß Ding da. Da haben wir noch einen Platz. Ah, du... Wir haben aber oben einen Zweieingang, ist das schlimm? Keine Ahnung. Weil dann haben wir jetzt noch ein kleineres Problem, aber es könnte mir eigentlich auch leidens... Ich glaube, man kann die beide dann... Naja... Ähm... Wenn man da nur eine Kiste oben drüber drau... macht, dann... Ich glaube, da drehe ich auch aus. Ja, stimmt. Aber keine doppelte Kiste, man läuft ja trotzdem rein, so dann... Ich muss das Wasser, glaub ich... Das Wasser muss ich, glaub ich, mal ausmachen, solange, ne? Hm? Muss das Wasser aus? Radox, es nervt. Was? Es nervt. Mach da ja nischt. Ey, klau ich mit den Schalter, Carsten. Ich höre schon auf. Alter? Achso. Hm. So, dann musst du... Wie er noch in der hängt. Hahaha. Oh, Mann, oh. Was? Warum hörten du... Ne, oh. Achso. Achso. Alter. Radox. Ist okay. Okay. Oh, komm, nicht abbauen. Oh, du bist so'n doofi, doof, Mann. So. So. Wollen wir noch den zweiten Trichter? Ey, ich hab noch Trichter. Warte, das ist das nächste Ding. Warte, Greg, kannst du mal kurz unter mir weggehen? So, ich wollte jetzt hier schon, ähm, die Dinger gleich dran verbinden. Achso, ja, dann mach, dann mach du das. Warte mal. Dann geb ich dir, geb ich dir die mal hier. Wie viel brauchst'n? Ups. Ach, du hast. Okay, du hast. Ja, ja, ich hab erstmal noch, wenn ich noch was brauche. Und von hinten, und von hinten sollten ein Redstone-Signal am besten ran. Von hinten? Jaa.